Hi, mein Name ist Heiko Husch oder Carscrafter und ich halte hier die kurze Laudation über die Einreichung Submarine Station 4. Die Einreichung Submarine Station vor der achtbeteiligten Zeit eine der anbaulich und vor allem videotechnisch aufwendigsten Einreichungen des kompletten Wettbewerbs. Sie haben sich sehr ausführlich mit ihrem Thema auseinandergesetzt und ihre Ideen und Zukunftstechnologien sehr durchdacht umgesetzt. Die Einreichung überzeugt vor allem dort das sehr aufwendig produzierte Video. Es wurde eine Welt mit den Lösungen zu Problemen wie zum Beispiel Leben unter dem Wasser gebaut und anschließend sehr zeitaufwendig in dem Programm Cinema 4D animiert. Für das Projekt wurde eigene sehr passende Musik komponiert sowie ein durchdachter Text geschrieben und angesprochen. Die Gruppe beschreibt ihre Lösungen und Technologien mithilfe des Textes und des Videos stets sehr gut und besonders fand ich hierbei die kleinen 2D-Animationen von zum Beispiel den Windrädern und den Kugelspeichern. Jedoch muss die Jury anmerken, dass die nachhaltige Förderung der Mein Gang 9 ein problematisches und ungelöstes Problem darstellt. Aufgrund des mehrs gelungenen Gesamtkonzept des Projektes hat sich die Jury deshalb dazu entschlossen, diese Einreichung den ersten Platz zu verleihen.